Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man bei Windows 10 ein System Abbilder erstellen kann und das egal ob auf einem USB-Stick oder auch auf einer externen Festplatte. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir eine externe Festplatte bzw. auch einen einfachen USB-Stick an unserem PC anschließen, welcher natürlich genug Speicherkapazität haben sollte und vor allem auch am besten leer ist. Um nun ein System-Image und somit auch eine vollständige Sicherung des Systems erstellen zu können, müssen wir nachher mal links unten auf das Windows-Symbol Start draufklicken, anschließend auf unsere Einstellungen gehen, dann können wir rechts unten nämlich auch schon auf Update und Sicherheit klicken, anschließend links auf Sicherung, auf den Link hier unten zu sichern und wieder herstellen, Windows 7 wechseln und dann können wir nämlich auf der linken Seite auch schon erkennen System-Abbild erstellen. Da klicke ich jetzt natürlich auch noch drauf. Nach einer kurzen Zeit wird auch schon automatisch unser USB-Stick bzw. unsere externe Festplatte ausgewählt, auf der das Ganze abgespeichert werden soll. Wir können es natürlich auch noch jederzeit abändern. Bei mir passt es aber soweit, weswegen ich einmal hier unten auf Weiter klicke. Anschließend kann ich noch schauen, welche Laufwerke ich jetzt wirklich in die Sicherung mit einschließen möchte. Bei mir passt das auch, weswegen ich wieder auf Weiter gehe. Dann bekomme ich noch eine kleine Meldung, die ich aber bei mir mit gutem Gewissen mit OK wegdrücken kann. Ich erhalte nochmal eine kleine Zusammenfassung meinen ganzen Sicherungseinstellungen und zum Schluss muss ich dann natürlich noch hier unten meine Sicherung starten. Und somit wird jetzt auch schon bei Windows 10 ein System-Abbild richtig erstellt. Wenn du dir für zu Hause übrigens eine neue externe Festplatte bzw. auch ein USB-Stick egal mit welcher Speicherkapazität zulegen möchtest, dann einfach mal auf den entsprechenden Link unterhalb des Videos klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den verschiedenen Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.